Hallo und herzlich willkommen zum Osterwetter hier bei wetter.net. Ja, ab heute, ab Gründonnerstag, da startet der Ostersommer durch. Wir erwarten in den kommenden Tagen viel Wärme, viel Sonnenschein und in der Spitze immer wieder Temperaturen bis zu 25, vielleicht sogar mal bis zu 26 Grad. Ja, schauen wir uns mal die Wetterentwicklung vom heutigen Donnerstag etwas genauer an und werfen einen Blick auf die Großwetterlagenkarte. Und weiterhin sehen wir hier über Skandinavien das Hochkatharina und das hat wirklich weite Teile Europas fest im Griff und zugleich strömt nun sehr warme Luft nach Deutschland. Ja, und das bedeutet heute für den Gründonnerstag gibt es viel Sonnenschein, nur ab und zu ziehen ein paar harmlose Wolkenfelder vorüber und die Temperaturen, die erreichen 19 bis regional 23 Grad entlang des Rheins. Etwas kühler bleibt es hier an den Küsten von Nord- und Ostsee. Ja, und auch der Karfreitag, der bringt bestes Ausflugswetter den ganzen Tag. Da lacht die Sonne vom blauen Himmel herab und die Temperaturen erreichen 16 bis 24 Grad. Die tieferen Werte, die gibt es hier weiterhin an den Küsten. Hier bleibt es einfach etwas kühler. Auch am Kar-Samstag und am Ostersonntag geht das sonnige Wetter weiter. Die Temperaturen erreichen am Kar-Samstag 16 bis 25 Grad. Dann gibt es wahrscheinlich den ersten Sommertag des Jahres 2019. Ja, und auch der Ostersonntag bleibt mit 16 bis 25 Grad sehr warm und regional kann es wieder einen Sommertag geben. Und genauso geht es auch am Ostermontag weiter. Temperaturen dann so 17 bis 25 Grad, vielleicht sogar irgendwo entlang des Rheins bis zu 26 Grad. Und weiterhin gibt es viel Sonnenschein. Und auch der Dienstag nach Ostern bringt nach Norden hin noch viel Sonnenschein. Im Süden ein paar mehr Wolken, aber die Temperaturen, die bleiben mit 16 bis 24 Grad weiterhin relativ hoch. Und auch danach wird es wieder wärmer. Temperaturen am Mittwoch 17 bis 26 Grad, wieder mehr Sonnenschein in allen Landesteilen. Das freundliche Aprilwetter geht also weiter, beziehungsweise der Aprilsommer, muss man fast schon sagen, der dauert an. Zum Schluss noch zwei Wettervorhersagen. Ja, eine Wettervorhersage zeigt über Ostern eher viele Wolken, ab und zu sogar mal Regenschauer zum Ostermontag hin. Temperaturen nur um 17 bis 19 Grad, am Ostermontag gerade mal 16 Grad. Und hier die Prognose, wirklich viel Sonnenschein über die ganzen Osterfeiertage, 12,5 bis 13 Sonnenstunden. Dazu Temperaturen bis zu 22, teilweise am Karfreitag 23 Grad. Ja, und welche Orte verstecken sich dahinter? Ich gebe ja zu, das ist jetzt etwas gemein. Mallorca hier mit dem miesen Wetter und Frankfurter Main mit dem tollen Osterwetter. Also alle Urlauber, die sich hier aufgemacht haben in den Süden, die schauen momentan über die Osterfeiertage etwas in die Röhre. Es gibt deutlich mehr Wolken und bei uns dagegen in Deutschland wirklich Sonne satt. Und die lacht wirklich meist vom blauen Himmel herab. Ja, und das Wetter für euren Ort über die Osterfeiertage gibt es natürlich wie immer hier bei uns bei www.wetter.net. Tschüss, bis bald.